Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiland und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir hier bei den Niffen von Loam abschließen können. Und dafür gehen wir einmal hier rein und erkunden und dann Dracheninseln. Und dort haben wir das Achievement Schnüffelweiser. Und für dieses müssen wir folgendes machen. Er schnüffelt alle möglichen Spezialgegenstände, während ihr an der Seite eines Niffenbegleiters die Höhlen erkundet. Und ja, so einen Achievement hatten wir ja schon mal gesehen. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht und zwar Herumschnüffler. Da müssen wir fünf Gegenstände erschnüffeln. Und mit dem quasi, was darauf folgenden Achievement ist, hier der Schnüffelweiser, da müssen wir alle erschnüffeln. Das Blöde ist, hier werden auch nur fünf angezeigt und nicht alle. Dazu kann ich euch empfehlen, auf WeWhead mal zu gucken. Das werde ich euch einmal verlinken. Da hat jemand auch schon ein paar Chat-Commands rausgesucht. Wenn ihr die eingebt, dann seht ihr, welche euch noch fehlen. Es sind insgesamt neun Stück. Und ja, wenn ihr das erste Chieffend schon habt mit den fünf, dann braucht ihr dementsprechend noch vier. Ich kann euch das auch mal zeigen, wie das dann aussieht. Das muss ich mal gucken. Ich glaube, im Bearbeitungsmodus kann ich den Chat hier hochziehen. Perfekt. Dann zieht es mir zwar alles hoch, aber egal. Ja, das tun wir jetzt mal nicht übernehmen. Aber ihr seht hier, wenn ich die eingebe, die Sachen, dann werden immer drei gepostet. Das erste dann, dann, dann. Hier fehlt mir jetzt noch eins. Das ist hoffentlich das, was ich hier gerade habe. Und die anderen habe ich auch fertig. So, das tun wir jetzt mal verlassen, dass wir das nicht speichern. Dementsprechend, ja, wird das einfach im Chat gepostet und dann seht ihr, wie viel ihr noch braucht. Gut, wie funktioniert das Ganze, falls ihr das jetzt noch nicht wisst? Ihr müsst mit so einem Kollegen sprechen. Mürith heißt der in Loam. Und dann könnt ihr dieses Grabespiel, wie ich das nenne, anfangen. Und wenn ihr bei den Niffen der Loam hoch genug seid, also sprich auf Ruhm 9, kriegt ihr die Affinität zu Mürith. Und da könnt ihr dann einfach Spezialgegenstände in der Höhle finden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, naja, die Dinger werden einfach auf dem Map angezeigt. Ihr klickt die an, habt eine Quest und gebt die in Loam ab. Das ist das eine. Und die andere Möglichkeit ist, dass ihr ein bisschen in der Höhle rumläuft, immer wieder diese Schnüffeln drückt. Und dann, ja, an bestimmte Orte kommt, da was ausgraben könnt. Und wenn ihr dort was ausgrabt, dann kann es sein, dass irgendein Mob rauskommt. Und dieser Mob wiederum kann dann auch so eine Quest droppen. Das ist pro Höhle ein bisschen anders. Müsst ihr ein bisschen rumgucken, einmal durch die ganze Höhle laufen, schauen, ob ihr irgendwas findet. Und dann den Mob umklopfen. Sonst einfach immer nur die Quests annehmen, die ihr dort quasi in den Höhlen findet. Gut, also der Typ, mit dem wir das Ganze beginnen können, ist jetzt hier dieser Mürith. Da ist es so, dass ihr jede Woche drei Aufladungen habt, um dementsprechend dieses Grabespiel zu spielen. Erste Aufladung kriegt ihr for free. Also jede Woche kriegt ihr einfach so eine Aufladung, wo ihr loslegen könnt. Eine Aufladung ist in der Weekly-Kiste drin. Also wenn ihr 1500 Rufsammeln gesammelt habt, dann kriegt ihr diese Kiste, da ist auch immer eine Rolle drin. Die müsst ihr dann quasi bei ihm aktivieren. Und dann kriegt ihr noch eine Aufladung zum Graben. Die kriegt ihr übrigens hier mitten in dem Haupthaus. Und die letzte könnt ihr gegen diese Tausch-Siegel hier eine bei Ponzo kaufen. Also hier haben wir diesen Ponzo-Kollegen. Da könnt ihr dann eine pro Woche kaufen. Ich habe die jetzt vorhin schon erworben, deswegen ist die dementsprechend hier nicht mehr drin. Aber da sind quasi unsere drei Möglichkeiten. So, wir haben jetzt dementsprechend die Quest angenommen und können die jetzt hier hinten abgeben. Das ist immer bei irgendeinem von diesen NPCs hier in Loam. Das geben wir ab. Wir kriegen übrigens Tauschfelsbrocken und ein bisschen Ruf. Und tada, das war jetzt das letzte und neunte. Das Ding hat es ja schon angezeigt. Hier die Chatbefehle, die ich vorhin eingegeben habe, dass mir noch das letzte gefehlt hat. Und ja, damit sind wir durch mit dem Achievement. Kann natürlich sein, dass es ein paar Wochen dauert. Minimum drei Wochen, weil wie gesagt, ihr könnt nur dreimal graben. Und dementsprechend habt ihr neue Teile, die ihr suchen müsst. Es kann auch so laufen, dass ihr in der Höhle mal keins findet oder in zwei Höhlen keins findet. Das heißt, es dauert drei bis vielleicht vier, fünf Wochen, vielleicht länger. Je nachdem, wie viel Glück ihr habt, dass in der Höhle, wo ihr seid, auch dementsprechend eine Quest am Start ist. Gut, das war es aber weit mit dem kleinen Chief and Guard. Hat mich gefällt, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns selbstverständlich gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.